Und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge... ...Southbugs, the stick of truth... ...und ich drehe mich wieder weit im Kreis und schlage um mich. Hm, wir müssen hier durch. Und... nein, nicht das, sondern das. Ich kann da was kaputt machen. Ich kann da eine Lampe anschlagen. Ja, erstmal Feuer ins Gesicht braten. Das hier muss auch was bewirken. So, und... Ich hab die Ratten getroffen. Ratten? Moment... ...Kleine, widerliche Ratten. Kann ich von denen was stehlen? Er lege deinen Feind mit einem... ...das will ich jetzt auf jeden Fall... Oh, holy crap haben die neben... ...drücke um zu springen, dann drücke wiederholt A. Ich habe... ...nicht einmal... ...Command gekriegt, A zu drücken... ...zu müssen. ...Kenni, Feuer! 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 Durch's Auge! Im linken Ohr! Und...so weiter. Die hat sogar Geld dabei. Was ist denn was für Ratten? Komm her, du stehst so auf die Treue! Tja, das war wohl nichts, was? Ist noch ne Ratte. Oh, eine Tasche. Was wir hier alles mal einsammeln, guck ich irgendwann mal später nach. Oh, da kann ich was, da kann ich was, da kann ich was, genau da. Okay. Kann ich, warte, Moment, was, was, was? Ach, ich geh damit runter. Los, Barde, gib mir den Scheißstarb. Du hast keine Ahnung, Barde, gib mir den Scheißstarb. Geh es von mir, wenn du es kannst, Wizard King. Geh jetzt nach vorne und erfülle deine... Und erfülle deine... Geh jetzt nach vorne und erfülle deine... Geh jetzt nach vorne und erfülle deine meanwhile... Ja, was willst du mir sagen? Ja. Ja... Meine was? Ich habe dich nicht verstanden. Was? Meine was? Was? Kannst du das nochmal wiederholen? Meine was? Was? Ach komm, ja. Lass gut sein. Lass' gut sein. Lass' gut sein. Du bist kein Spiel für einen großen Wälder. Der Stick gehört mit uns. Und ich benutze jeden Bartler in meiner Klasse, um ihn von dir zu halten. Okay. Wolltest du ihn runterladen? Kacke den Arsch, Dueschbeg. Wer ist Dueschbeg? Das ist Herr Dueschbeg für dich. Und er wird dir ein paar Manners zeigen, Bart. Was? Wow, was ein hervorragendes Target. Okay, die Fähigkeit muss ich noch mal ehren. Äh... Verzaubert deiner Kreatur. Okay. Guck mal das. Ah, schüttel sie ab. Ach... Angriff! Holy! Das ist halt auch lieb. A-B-B-B! Guck mal, schau dir mein Gehirn auf. Oh Gott, Kenny ist eingeschlafen. Ich könnte ihn nicht dröseln, aber ich würde ihn gerne schnell was wegnehmen. Mana tränke. Ich habe nur eine Galle aus dem Meer genommen genommen, und, Mann, sind meine Arme tiefer. Damit ist er dann auch betäubt. Du siehst mich nicht. Äh... Danke. Tempo trank. Immer noch 1200 Lame, Heilige. Ist er hier noch mal. Durchs Gesicht gezogen. Er ist immer noch betäubt. Das heißt, wir können ihn noch mal durchs Gesicht ziehen. Oh je! Jetzt steht er wieder. Kenny aber auch. Und Kenny kann noch mal den königlichen Kuss auf ihn anwenden. Na guck, schmatze, schmatze. Oh, oh, oh. Drücken, drücken. Ich bin so gedrückt, wie blöd. Was zum... Ich hab doch gedrückt, wie ein blöder. Oh, kenne ich sie einfach. Oh, du dreckige Winch! Ja, das sagst doch nur du. Komm, ich nehme nochmal wieder was weg. Danke. Tempo trank. Auf dem Weg. Vielleicht soll man irgendwie mal verwenden. Wir kriegen ja nicht welche. Du hast keinen Mana mehr. Darf ich noch schießen. So... Jetzt kriegst du nochmal ein Dolch ins Gesicht. Er hat immer noch Leben. Meine Füsse. Die ist aber resistent. Wow, du hast... Teufel! Der Stick ist ours! Yay! Wir haben einen Krüppel geschlagen. Krücke der Schwäche... äh ja. Nehmen wir die Krücken weg... Doch, auch nicht! Du brauchst sie ja nicht mehr. Elfenwitze? Ach ne, das ist wahrscheinlich da was mit Bogenschießen und Kram. Ready to leave, Sir Deucebag? Okay, aber hurry up. This inn is no longer safe for our kind. Äh, ich will da. Genau da. Hier war da auch noch was. Ach ne, da geh ich raus. Moment. Geh ich da nicht raus? Egal. Ready to leave, Sir Deucebag? Ja, ich bin ready. Ab zurück zur Base. Ja, um den Stabzeug. The stick of truth is back where it belongs. Great job, men. Deucebag, for your heroic deeds and valiant self-sacrifice at the great battle of the giggling donkey, I hereby make you an official member of the kingdom of Koopa Keep. Welcome to the KKK. It's getting late. The grand wizard needs to go night-night. Okay, Mom, thanks for pointing out bedtime for everyone. It's a school night, hon. You and your little druid friends need to- Craig. Craig. Craig ist jetzt Single. Oh, tut mir leid. Das zuhören, Kumpel. Die bearbeiten allein. Sie hat mich zurückgehalten. Okay. Waffen. Wir hätten die Krücke. Schwächt den Angriff des Zielspot. Perfekten Angriffen. Nee, wir behalten noch mal unseren Decker. Jetzt haben wir hier die Mütze. Ernsthaft, Alter. Ja. Ähm. Nee, das ist auch alles nicht das, was wir wollen. Ah ja, wir wollen eine Quest gucken. Schweinebärmann haben wir auch noch nicht. Der Timmy Express haben wir auch noch einen S9. Kehre nach Hause zurück, bevor du Hausarresse bekommst. Okay, das ist ja nicht weit weg. Hallo. Ich bin hier nur mal kurz auf Durchreise. Cooper Keep. Das müsste doch gleich hier vorne sein. Das Haus hier ist doch meins. Mal hoffentlich, dass wir noch rechtzeitig sind. Well, da ist er. Hast du noch neue Freunde, Lieber? Nichts zu sagen, hm? Was für eine Überraschung. Es ist late, Sweetie. Geh auf den Bett und ich werde da sagen, Good night. Na ja, hier ist halt Kau nach der Eltern hier. Was ist das, du? Ich will mir aber noch einen Mitternachtssnack machen. Kann ich mir aber keinen Mitternachtssnack machen? Verdammt. Dann halt nicht. Was ist in dem Keller? Komm ich nicht rein? Dann gehe ich halt nach oben. In mein Zimmer. Your mother said, get to bed. Now do it before you get grounded. Halt. Dei. Maul. Das ist nicht mein Zimmer. Ich will gar nicht wissen, was die hier drin haben. Die Kacke. Die gepinkelt hat. Holy crap. Welch Decktüre. Erstmal raube ich noch meine Eltern aus, weil ich kann ja. So. Hier nehmen wir auch noch was mit. Mein Zimmer. Willkommen zurück. Dann gehen wir jetzt ins Bett. Good night, little man. Ich hoffe, du bist so glücklich, wie wir sind. Alles wird besser, jetzt dass wir in dieser kaltigen kleinen Stadt. Heiße Frisur. Oh, der Pentate. Oh, what the? Was zur Hölle? Äh. Okay. Wer seid ihr? Ich glaube, ich wiederhole mich. Ich habe... Äh. Was zur Hölle? Was wird passieren? Oh, what the fuck? Alter, wo sind das perverse Aliens? Was zum... Was zum... Was zum... Ich habe jetzt ein neues Gadget im Winter. Ist das dein erstes Mal, dass du probiert hast? Ja, das ist ein Schmerz, aber... Das ist das Kind von Sachen, die du mit in einer remote kleinen Stadt leben möchtest. Zumindest müssen wir nicht mit dem Trafikum zu sprechen. Hey, du hast frei. Kind, du hast einen unglaublichen Kontrollen von deinem Scheiß. Halt mich auch los! Oh ja, ich komme mir nicht raus. Du kannst jetzt deine Aliensonne benutzen, um zu teleportieren. Halte, gedrückt und wähle die Aliensonne und drücke wiederholt, bis sie ausgewählt ist. Okay. Wow, schau mal an das! Du musst die Teil der Probe ausbrechen haben, und jetzt kannst du es mit deinen Schmerz-Musseln kontrollieren. Sehr cool. Ah ja. Das heißt, ich kann jetzt einfach... Ich bin überraschendet mit einem bestimmten Kraftfeld. Geh find eine Art, um es zu entfernen. Wenn du mich frei brechen, kann ich dir zeigen, wie ich das Land rausgekommen bin. Ist das kein Alien-Embryos? Alien-Helm! Wie sieht das überhaupt in unserer Ausrüstung aus? Vielleicht sollten wir da mal was anziehen. Besser ist das. Alien-Helm! Waffenangrauffer verfügen 10% mehr Schanz. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Den nehmen wir auch wieder mit. Durch den Alien-Helm sehen aber die Gläser nicht so prickelnd aus. Das sieht auch heiß aus. Ich werde wiederkommen. Und dich retten. Irgendwann. Vielleicht nicht heute. Vielleicht nicht morgen. Irgendwann. Sei prepared. Äh. Ach hier. Alien! Gedrückt. Nicht gut. Böses Alien. Hm. Ein Rekord. Ah, hallo. Ist das registriert? Wenn du das hörst, habe ich mich auf ein Alien-Ship genommen. Die Alien haben unsprachliche Dinge zu meinem Rektor-Kavite gemacht. Aber ich habe frei verstanden. Ich bin so schrecklich und allein. Ich muss einen Weg weg von diesem Schiff finden. Oh Gott, sie kommen. Warum stand ich hier und ein Audio-Lock machen? Ich habe keine Zeit für das. Lass mich allein! Die Alien sind irgendwelche perversen, sehr perversen und gestörten Gestalten Embryos zu hauen. Mal sehen, ob dieses Event jetzt nochmal kommt und ich checke, was ich tun muss. Nein. Er stinkt auf jeden Fall schon mal. Da komme ich nicht hin. Aber. Ich kann ja den hier machen. Und. Böserians. Muuu muuuu. Muuu muuuu. Was stimmt nicht mit dir? Hm. So viel Leben haben die gar nicht. Muuu. Ja, wie macht die Schale da mal ein Reflektier? Reflektorschild? Macht er auch. Er auch. Ah. Okay. Mal sehen, ob er das Reflektieren kann. Muuu. Ach, die haben Rüstung. Oh, crap. Ist nicht gut. Das macht also der Reflektorschild. Wissen wir erst mal was. Mal sehen, ob du das Reflektierst. Äh. Mal sehen, ob du das Reflektierst. Buuu. Ah, ich hatte die kleine Attacke. Verdammt. Das ist nicht gut. Buuu. Das ist gar nicht gut. Komm hier, hau da mal ein Krustus rein. Wir müssen hier ein paar Aliens verkloppen. Da können wir nicht sparsam sein. Der hat nur noch eine Rüstung. Der hat drei Rüstungen. Die machen wir erst mal weg. Buuu. 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 Damit ist der scheiß Reflektorschild weg. Buuu. Jetzt halt ich mich auch noch. Wird, dass ich das mit dem Parieren langsam hinkriege. Äh, Mana will ich. Mana, 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 Mana. Mana. Machtdrank. Gib mir irgendwie Mana. Das kann ich nämlich, ähm, ihn vielleicht damit sogar schon platt machen. Buuu. Ne, kann ich nicht. Ich habe nur ein Schild weggenommen, aber er ist zumindest betäubt. Oh Gott. Gott, das wäre nochmal einen großen Reinpfeifen. Muss man sehen. Du hast kein Schild mehr. Muuu. Muuu. Das ist dein Pech. Au. Das hat getroffen. Das nicht. Du hast noch ein Schild. Muuu. Muuu. Das ist weg. Und faune dabei richtig was rein. Muuu. 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 Und der flüchtet. Ich gehe auf Nummer sicher. Besser ist es. Muuu. 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 Ich würde sagen, du hast ein Problem, Digger. Boah, der ist ein Reflektor-Shit. Aber, ah, die Blutung hat ihn erledigt. Oh, hey, da bist du. Sauber. Oh, ja, ja, das ist der Lambda-Containment-Block. Geh den Elevator neben dir. Die Probe und dein Scheiß-Holle sollten mit ihm interfazieren. Okay. Eine Strahlenwaffe. Die nehmen wir. Äh, hier. Wunderbar. Wunderbar. Okay. Er hat anscheinend Erfahrung. Äh, was haben wir eingesammelt? Genau, Alien-Ausrüstung. Alien-Anzug. Wunderbar. Ähm. Ich teig dir deine Maxima-TP um 20. Hörbewegene oder... Bluten, Bluten und zählt 20 TP. Angrafe mit meiner Lagerwaffe verfügen 10. Zurück dich ein Schaden zu. Oder du erhältst ein Schild, der zwei Treffer zu begehenden eines Kampfes blockt. Ich glaube, den finde ich cooler. Ähm. Ähm, von hier können wir... da nicht hin... da könnten wir hin... gehen wir doch mal da hin. Ein Audiolog. Ja, so kann man das auch sagen. Äh, zielen. Was haben wir da oben? Okay. Moment, wenn ich... die Furzgerade hatte. Dann ist der schon mal ausgeschaltet. Komm ich hier irgendwie durch? Ich müsste... Geht das? Kann ich? Nein, kann ich nicht. Gehe ich jetzt hier schnell dran vorbei. Ihn ankurze. Dann schlage. Dann hat er schon mal ein Problem. Muuu. Muuu, dich auch. So, als erstes nehm ich dir was weg. Muuu. Das stört der Laserpistole. Dann wollen wir doch mal die Waffe ausprobieren. Muuu, 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 muuu. Muuu. Ja. Totgeschossen. Hier ist so ne deaktivierte Sonde. Muuu. Ich kann doch. Okay, was hat das jetzt gebracht? Nicht viel. Okay, damit hab ich irgendwie ne Tür aufgemacht. Noch ein Audio-Log. Ah. Damit können wir das schon mal aufmachen. Great, you're there. See if you can free me from that console. Keep going, I think you're on to something. Das ist einfach. I'm still stuck. Better try the other console. Okay, das hat nicht geholfen. Warte, hier ist doch... So ein Teil. Ha. Nehmen wir doch alles mit. Nehmen wir doch mal gerne mit. Wenn ich wieder hochkomme, komme ich doch mit dir bestimmt auch wieder runter. Ja. Okay. Okay, let's try the other console. God, I hope this works. Welche andere console? Warte mal. Bin ich jetzt hier? Oh. So. Was ist noch hier oben? Wie komme ich an die hier nämlich ran? Äh, wir haben das zwar aufgemacht, aber wir können nicht rüber. Hm. Was ist denn, wenn wir... Was ist denn, wenn wir die hier... Und jetzt nochmal... Darunter? Oh. Da ist noch so ne Sonde. Aber irgendwie sind da... Zwei... Moment. Was ist denn, wenn wir... Da kann man was hinter agieren. Also... Schauen wir das nochmal. Mu 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 mu. Okay. Damit ist der weg. Jetzt bewegen wir den ganzen Spaß nochmal. Ach. Hier unten ist noch was. Was machen wir denn da denn mit? Mu 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 mu. Ja. Das war ungewichtig. Damit sind wir den Alien auch los. Und können hier durch. Was zum... Ah. Oh. Du musst dich nahe sein. Komm mal, versuch's nochmal! Are you fucking kidding me? Das ist nicht dein Ernst. Oh, jetzt... Okay. Die nächste Mal muss die Zeit sein. Gib's euch alle, was ihr habt. Das ist ein Witz, oder? Die Augen! Du musst immer weitergehen! Ich glaube in dir! Ernsthaft? Das Scheißspiel träumt mich! Das Scheißspiel träumt mich! Okay, das ist auch nicht funktioniert! Geh zurück zum Elevator! Ich hätte, wenn man es geschafft hätte, hätte man tatsächlich Licht... Oh nein! Ich komme da rein! Ich komme da rein! Ich komme da rein! Ich komme da rein! Ein Moment voll! Crap! Oh, eine Leiter! Und noch ein schöner Audiolog! Von unserem bekloppten Typen! Als erstes sehen wir, was auch immer da alles drin ist! Day 7! Okay, ich habe einen Audiologen, das war mildly amusend! Eine Frau, die auf diesem Schiff hat einen Audiologen über ein paar Papiere sie hat in einer Alien-Cabinette und sie hat mir gesagt, dass die Code war 776! Das war ziemlich cool, denn ich wusste nicht die Code vorher. Aber wenn ich die Kabinette habe, da war nur eine Art Power-Up, ich wirklich nicht brauchte! 776, okay. Okay, ich wollte nicht, dass du das tun musst, aber es gibt noch eine Art Power-Up, die du kannst versuchen, in diesem Raum über dem Bruch! Der Alien, der dort arbeitet, ist wirklich schwer, also bemerkbar und erinnere, die Elektrizität benutzen! Okay. Ich denke, wir sind ganz knapp am Endpunkt. Aber die hier wollen wir noch ausschalten. Finden wir einen Weg, um das irgendwie sinnvoll, schnell kaputt zu machen. Der Typ da hinten sieht ja aus. Damit haben wir die zwei schon mal erwischt. Und dann müssen wir halt im Kampf die drei erledigen. Ja, mit seiner Ultra-Rüstung. Warte mal, die Strahlenwaffe ist doch gerade optimal dafür. Aber als erstes nehmen wir ihm da hinten mal was weg. Move! Und beträumen ihn. Ausweichen. Er fängt das Schild. Er hat ihn geschildert. Wie uncool ist das denn? Oh, das ist böse. Äh. Move! Crap! Wollen wir das nochmal? Move! Dann haben wir alle getroffen. Move! Nope! Nope! Move! Oho! Move! Oho! Verdammte Scheiße macht der Schaden. Verdammte Scheiße macht der Schaden. Da müssen wir was gegen tun. Den stunnen wir gleich nochmal. Move! Das macht mir zu viel Schaden. Move! Perfekt. Perfekt. Göttlich. Okay. Wir können nur ihn schnetzeln. Dann schnetzeln wir ihn halt. Wuuu! Das war jetzt nicht so effektiv. Na komm her. Ausweich halt. Wuuu! Oh Gott. Ich bin fast tot. Die Hellen sind echt nicht ohne. Probieren wir es nochmal mit einem Querschuss durch alle durch. Der fordert das leider ausweichende an. Move! Oh Gott ich muss blocken sonst hab ich immer mehr. Move! Oh jetzt kommt er. Move! Move! Ah 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 ah. Kst ab! Oh Gott. 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 Ja ich kann aber auf die ihn. Mo 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 Mo. Jetzt ist er zumindest weg. Jetzt gibt's nur noch Sicherheitschef. Oh Crap. Warte. Trick 17. Reifen wir zu 8 Rand rein und hauen ihm nochmal ein Stun ins Gesicht. Nee. Exekutive irgendwie kam da sehr oft nichts Tolles dabei raus. Move! So jetzt ist er nämlich betäubt. Ich hab noch Stuff von ihm gekriegt. Jetzt kann ich ihn finishen. Mo 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 Mo. Weg ist er. Oh Gott. Ich weiß gar nicht. Ich frag mich wie das auf höchsten Schwierigkeitsgrad ist. Moment. Waren da nicht gerade Alienhandschuhe dabei? Ja waren sie. Du erhältst einen Manapunkt wenn du Schaden blockst. So oft wie ich Schaden blocke ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Also dann. Wir schauen das nächste Mal nach was diese Konsole da neben uns tut. Und wir haben uns jetzt hier fröhlich durch diese Scheiß Aliens gekloppt. Die ich noch verprügeln kann. Und wir sehen uns nächste Folge wieder. Wenn es weiter geht. Mit South Park. The Stick of Truth. Etwas. Und schon ist das Video vorbei. Wenn es euch gefallen hat lasst es mich wissen. Lasst doch mal einen Daumen hoch da. Wenn es euch nicht gefallen hat. Das ist nicht möglich. 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 Dann gibt es ja immer noch den Daumen runter. Das kann ich nicht machen. Wir können nicht. 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 Ja ist ja schon gut. Wenn ihr mir was mitteilen wollt ab in die Kommentare. Ich freue mich über jeden bisschen Text der da unten steht. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonnieren. Und wenn es euch das Video wirklich so gut gefallen hat, dann empfehlt mich doch mal weiter. Also dann, man sieht sich.